Nina und Lena sind zwei riesige Energiebündel und ich hatte eine Stilberatung, ich hatte Farbberatung, Typberatung, ich war mit Nina shoppen, ich habe Brillen gekauft und Kleider gekauft und ich habe keine einzige Minute bereut, die ich mit der Nina verbracht habe und ich bin so dankbar, so glücklich über die neuen Sachen, die ich habe und kann es einfach nur jedem weiter empfehlen.